Chat könnt ihr einmal reinschreiben, was ihr sehen wollt, ein EPI oder eine Skybase? Kommt rein, Leute! Schreibt mal rein, EPI oder Skybase? Dann alles EPI, 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 einer der Skybase, EPI, EPI, EPI... Okay, komm Leute, wir jagen ein EPI und dann spielen da eine Runde und länger überleben und dann genau. Komm, wir machen jetzt erstmal zwei solide Runden auf EPI und dann eine Runde Skybase und zwei Bases. Nein, hau ab mit Skybase, diese Kacke, ey. Das ist doch geil, so geil. Ja, voll geil, echt. Ach, Mitch, sei doch nicht so hoch. Ja, hast aber echt. Okay, Leute, wohin? 30, let's go. Doch. Mit Entitled. 30. Nein. Das ist halt so, als Kurt ist das der schlimmste Ort. Okay, Main, alle ins Main, oder? Leute, wer jetzt stirbt. Also hier sind ja 37 Leute, wohin? Main, hast du gesagt. Alter, eher Main, Main. Ich geh unten, ich geh unten. Ich bin Tanksteller. Die Garage. Nein, nicht ne Pistole. Ist hier jemand drin? Und rein, da, rein, da, rein, da, kommt rein. Ey, Mitch oder Lombo? Ja, okay. Hier zwei Minis, die hier. Jungs rein, hier, kommt. Zu Kai, zu Kai. Hinten rot und blue falten sie. Okay, ich geh von der Seite. Hä, bei euch? Sind schon welche? Ja, Alter, sind alle hier oben drin. Jungs, hier bei mir. Ab ihn. Nein, Stombo. Belebt, schnell. Belebt, belebt. Geil, geil, macht Lombo. Lass mir die Verbände liegen. Ist doch klar. Wer schießt hier, wer schießt hier? Sind wir rüber? Müssen wir hin, wir müssen da hin. Oder so, danke Lombo. Ja, wir müssen da hin. Ich pushe hoch. Rechts auch noch. Von hinter uns. Ja, ja. Von hinter uns, Bruder. Du bist bei mir, ich bin oben. Hab zwei. Oh, ich seh keinen. Da aber auch noch einen hier unten. Gut, gut, gut. Perfekt. Haben wir alle oder was? Ja. Wie geht's rüber? Da hat einer von hinten geschossen. Ich geh da hin. Von Main hat einer geschossen. Von Main? Hier drin, hier bei mir. Okay. Ist er hier unten, oder? Ist er unten? Der ist hier irgendwo. Ey! Pass auf, der hat die Dinger geworfen. Ist er unten. Der ist hier. Hä? Aber ich... Junge, ich hab den einfach nicht gesehen. Der war in der... Der war in so ein Paket, Dinger. Okay. Okay, lass zum Slab Truck, Leute. Los, los, komm, alles pushen, was es nur geht. Slab Truck. Auf Agency, go. Agency ist halt wieder wild. Wer schreit? Wer ist da irgendwo hinten, bei irgendeinem Hintergrund? Mh, das ist... Bei Sun oder bei Sun sein? Das ist bei mir, ja, das ist richtig. Die Familie macht wieder einen schönen Spieleabend und der Sun geht's vor der Konsole. Ja, genau. Ja, Leute. Man kennt's. Aber krass, dass es so, dass sie das einmal hört. Ich sag mal, acht Räume weiter. Echt ein tolles Headset hast du da. Du hast das größte Haus der Welt. Du bist so ein schlechter Mensch. Lass einfach den Chillic'n EP holen. Ey. Falls du... Äh, falls du... Es kann halt nicht sein, dass wir so wenig Leute sind. Ja, da sind die Schüsse vom Frenzy. Wo, wo, wo? Ah, ja, ja. Aufm, 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 roten. Und da hinten ist auch einer. Einer ist weiß. Das sind Bots. Seht ihr meinen Blumen, Leute? Seht ihr meinen Blumen? Da sind keine Bots, Mensch. Wir sind die besten Spieler der Welt gewesen. Ja, Mensch. Das sind nur noch echte Spieler. Ab ihn. Ja. Ey, krass. Das war Tfue. Irgendwann's Zone kommt? Ja, kommt unnormal. Lass links laufen. Wie links? Ja, links. Hä? Ja, links. Junge, willst du mich eigentlich hier abziehen? Aber warte. Da geht's doch nicht in die Zone, wohin ihr lauft. Ja, dann lass Heli nehmen. Spielen sie wieder Tabu, ne? Das geht gut, ne? Ah, ha. Vier plus. Ah, ha. Ah, noch ne 3 plus. Ich schraub gleich mal dem Mikro vom Pegel ein bisschen runter. Das hat sich voll gelohnt. Leute, komm, wir machen das jetzt. Jetzt fetzen wir auf die runter. Ah, aushetzen. Hä, sind die nicht hier gelandet? Anderberg, gegenüber. Wo? Ja, ja, ja. 22, blau. Markieren, markieren, markieren. Ey. Gut, da. Ey. Ey, 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 ey. Sorry, Mädchen. Oh, meiner. Die werden auch von Lazy angehittet, glaube ich. Rein 20er. Heli von hinten. Heli kommt hinter uns. Oder Heli? Ja. Schieß den Heli ab. Oh no, der wird ab! Einer ist doch hier, einer ist doch hier, Jungs! Wir sind einfach runtergerutscht. Jungs, hier bei mir! Ich fahr das Jumphead ein. Hier bei mir! Jungs, ich brauch euch hier! Wo ist der? Gut. Ey, 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 ich schenk nix gerade. Nein. Ich wurde von hinten aufgettet. Leute, sie haben hier einen Jumphead, easy. Jungs, hat jemand Sturmmunny oder leichte Munny? Ich brauch Sturmmunny auch. Hier. Gedroppt, gedroppt. Jungs, gegenüber die Schießen. Hast du noch leichte Munny? Ey, hat jemand Metz? Ich hab ja 41. Nein, die sind da. Sollen wir abhauen? Nein, die sind nicht da. Ach so. Hier, ich dropp den jetzt. Hier. Danke. Danke. Kai, gib mal Lombo Mini. Ja. Lass abhauen. Lass ihn in die Zone. Lass ihn in die Zone. Wie kann da kein Schuss drauf sein? Ja, aber mir auch nicht. Schieß alles runter. Schieß alles runter. Ey, lass ihn in die Zone. Ja, ja, ja. Zone. Oh mein Gott, da auch. Lass weiter, weiter, weiter. Oder zu Slapy rein. Kurz noch ein Problem holen. Ja, ja, Slapy ist gut. 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 Da sind auch welche. Da sind auch welche. Ja, egal. Kommt, Slapy. Alle, alle, alle hacken. Komm, alle da. Perfekt. Ey, wir sind in der Mitte. Lass ihn aus, lass ihn aus. Lass Slapy rein. Lass Slapy rein. Lass Slapy rein. Kai, da sind welche. Da links sind welche. Oder? Sollen wir nicht hier Slapy rein? Da sind welche. Dahinter sind welche. Passt auf. Ja, lass hier hinten hin. Hier hinten. Aber wo sind die Gegner hier? Die sind da rechts, waren die beim Gebauten da. Ja, ich sehe. Jungs, komm, das muss die EP werden. Come on. Ey, ich bin hier auf jeden Fall. Ne, das ist Sam. Das war Sam. Mach Drohne an. Die Zone ist halt da oben. Das fackt er wieder richtig ab. Das ist halt krank. Lass ihn mal laufen. Lass ihn mal über links laufen. Über links? Da kommen sie doch alle. Ne, hier über links. Über links? Ja, hat er recht. Hat er vollkommen recht, der Kai. Auf geht's. Ey, was mach ich? Am besten, wenn da keine sind, wäre top. Dann können wir da hin. Dann haben wir top posy. Da unten, fighten sie. Hier oben ist ein Sniper. Jungs, lass auf den Ballern, oder? Wo ist ein Sniper? Ich bin noch nicht da. 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 Ja, okay. Eins. Zwei. Schieß, Broke. Wer ist weiß? Wer ist weiß? Schieß weiter. Schieß weiter drauf. Schieß weiter drauf. Schieß weiter drauf. Der kommt. Der ist jetzt bei dir. Hab ihn. Nice. Da unten, da unten. Hier unten, da unten. Jungs, wir haben hier... Ey, 4 gegen 2. 4 gegen 2. Mach deinen Marker weg. Mach deinen Marker weg. Mach deinen Marker weg. Das ist so krank, Leute. Wirklich. Push. Ey, ihr müsst drauf ballern. Der rechte Snipe. Der rechte Snipe. Nein, nein, nein. Rakete. Mach weiter. Mach weiter. Mach weiter. Mach weiter. Mach weiter. Mach weiter. Einer muss bauen. Einer muss bauen. Okay, Sam. Belebt, belebt. Einer. Sheetbroke. Okay, stark. Sam hier. Pich. Okay, top. Oder Medi hier. Ich hab Medi. Ich hab Medi. Okay, geil. Pass auf, Jungs. Die müssen... Danke, Lombor. Top. Nö. Die gucken von unten. Ach, Tige. Einfach safe. Keiner darf gesnipet werden. So will ich gar nicht. Wir müssen uns im besseren Winkel soren. Weil von hier können wir uns nicht gut snipe. Der ist im Busch. Der ist im Busch. Einer. Einer. Der ist im Busch. Ah, der kommt müssen draußen. Oh. Uiuiui. Das war knapp. Die müssen kommen. Der stirbt. Der stirbt. Der eine stirbt jetzt. Mitch, komm wir gehen runter. Hab den einen links unten. Fuck. Alle runter. Mitch, du darfst den letzten Kill machen. Mitch, du darfst den letzten Kill machen. Mitch, mach du den letzten Kill. Wir lassen ihn leben. Okay. Guckt euch. Guckt euch das an, Jungs. Zeig mal was du kannst. Nein. Hey. War geiler Move. War geiler Move. Der ist unten drinnen. Unten drinnen. Lass mich ihn holen. Geht hier. Das war aber der Raketenwerfer, ne? Ey, wer baut mich hier zu. Hol den. Oh nein. Warte, ich hacke, ich hacke. Ey, geht in die Zone. Geht in die Zone, Jungs. Hallo. Ja, ja. Da ist er, Leute. Stark, Leute. Stark. Stark, Leute. Nice, Jungs. Geil, Leute. Da ist er.